Das ist schon mal viel wert, das ist sehr viel wert jetzt. Das ist sehr viel wert und ich glaube, also wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann wäre es arg erwärmlich. Komm schon, komm schon, komm schon. Diese scheiß Soldaten, die heben eigentlich gar nicht mal so wenig aus. So, warte, Moment, Moment, Moment. Das machen wir anders, wir opfern die jetzt. So, und bauen uns hier die hier noch. So, zack, 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 die sind billig und schnell gebaut. Und, dann haben wir hier wieder den kehrigen Haufen Armbrustschützen. So, was haben wir denn hier oben? Sollen wir dann mal durchs Haupttor schauen? Vielleicht sogar. Jawoll, alle nacheinander rein. Mit gesenkten Speeren, sehr gut. Was machen denn die Reiter da? Wohin wollt ihr eigentlich so? Wer ist denn da? Hoi! So, jetzt gehen wir mal mit Zaubermann dann bitte. Komm! Ein Geschwül, und ihr vermögt es nicht zu sehen. Ha, wenn mal. Etwas Luchert, und ihr vermögt es nicht zu sehen. Komm! Armbrustschütz! Ihr auf zwei, los! Komm, noch komm, die Maliste hier weg! Wir brauchen Platz! So, wir haben Hunger! Wir haben Hunger! Noch mehr Rufe, komm noch die Ruhe! So, Saruman! Nein, da! Komm, du kannst doch doch mit rein. Ich weiß nicht, das ist nicht zu sehen. So, da kann ich mithelfen, und da oben sind nämlich kaum mehr Borgenschützen. Das ist sehr gut. So, wo sind wir denn bei Saruman? Hier. Was? Wieso sind die jetzt nicht mehr auf zwei? Nein, da oben sind die. So, hier kommen alle hoch. So, jetzt probieren wir es einfach. Aber wir gehen wieder außen rum. Gut, und wieder neue Rohstoffe. So, ach, scheiße, Saruman. Meister, kommst du durch? Kommst du? Aber das war's schon. Nein, sie haben Saruman umgebracht. Nein, sie haben Saruman umgebracht. Ihr Schweine, ihr habt Kenny getötet. Wurz. So, jetzt. So, jetzt hat's. Sollten wir eigentlich da keine Probleme haben und sollten da auch durchkommen. Ja, das ist hier so ein bisschen, aber da, wir haben viel mehr Nachschub wie ihr. Ihr seid vielleicht die besseren Schützen, aber wir sind jetzt mehr. Und jetzt habt ihr keine Chance. Jawoll, genau so wollen wir das haben. Genau so. So, was steht ihr hier so blöd rum? Kommt, macht's dir mal kalt. Ach, shit, das reicht nicht. So, so können wir eure Reiterstärke auch nicht aus. So ist eure Reiterstärke auch nicht gut. Oder seid ihr machtlos, Alter. Ich kann nicht mehr reden, ey. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen will. Ich zock schon zu lange. Ich muss nachher unbedingt aufhören und Pause machen. Ist ja krass. Aber jetzt läuft's halt gerade. Das ist super. So, komm schon. Ach so, ich kann ja auch hier im Moment, was natürlich viel einfacher geht. So, zehn Stück. Fertig. Hoi, ein Salwischer Garnung war. Gut, weiter geht's. Das reicht, oder? Das reicht mal, um halt noch hier ein bisschen, ein bisschen Remi-Demi zu machen. Zerstören wir alle Gebäude in Helmsklamm. Ach, da ist noch so ein blöder Bauernhof. Komm, schießt Hertha, los. Das geht, das geht, das geht. Ihr kriegt das hin. Jawohl, genau so, genau so. Genau, genau so wollen wir das sehen. Hoi. So, jetzt können wir auch hier durchlaufen. Gut. Und los geht's. Oh, das ist echt krass, hey. Wie viel... Oh, wie viel Zeit es jetzt gebraucht hat. Und ich weiß immer noch nicht, also normal sollten wir das ja jetzt gewinnen. Also... Vor allem, weil kaum mehr Reiter da sind. Das ist gut. Es kommen sicher noch ein paar. Aber... Da kommen zum Beispiel noch welche. Unfassbar. Kommt immer wieder so Zweier-Bataillons. Die zwei Reiter zu schnell besiegt sind, aber die machen jetzt wirklich auch einiges an Problemen. Das ist echt unfassbar. So, aber davor haben wir keine Angst vor denen. Hallo, ich hab gesagt. Kommt mal. Kommt mal mit. Hier. Zack. Zack. Alles besiegen, was euch auf dem Weg liegt. Genau. So, jetzt machen wir das aber aus Zwischengrenn kaputt, damit die nicht immer noch genug Zeit haben, um wieder... Und hier wieder genug Rohstoffe kriegen, um wieder Reiterei zu bauen. Das wollen wir nicht, gar nicht. Ich hasse nämlich die Reiterei von denen. Und da kommen nämlich auch immer so Kack-Typen hier, so Bauern, wieder ran. Kommt, ihr sollt mal das Gebäude hier kaputt machen. Kann nicht sein, dass es da so ewig dauert. So, jetzt. Gut. So, zack. Zack. Und hier, ihr macht die oberen da kalt. Ja, und ihr steht nicht blöd rum, vor allem. Da haben wir ein bisschen Heilzauber. Das geht ja voll gegen den Strich. Ein paar Lanzen-Drecher brauchen wir vielleicht schon noch. Ja, vielleicht können wir jetzt auch mal wieder mit Wagen Gas geben. Bauen wir mal da noch ein paar davon. Den Typen haben wir ja auch noch. So, der bringt's da wahrscheinlich voll, vor allem, wenn wir jetzt nicht mehr so viele Reiter haben, gegen die wir gegen die wir in den Kampf ziehen müssen. Was fangen die jetzt wieder an, hier die Mauer zu verteidigen, oder was? Ui, mutig. Mutig, Leute, mutig. Und vor allem, wie können die sich immer diese teuerste Einheit noch leisten? Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich hab denen alle hier die Gebäude zerstört. So. Das ist unsere neue 2. So, jetzt hat... Gut, das muss man eigentlich hier schauen, dass wir langsam in die Pütte kommen. Ähm... Wir bräuchten mehr Rohstoffe. Wir müssen jetzt schneller Waage produzieren. Hilft da ist nix. Hilft da ist nix. So. Aber solange die hier ihre Reiter gleich nochmal wegschicken. Und dann töten sie praktisch. Aber das ist nicht gut, weil die töten natürlich auch unsere Waage. Wir müssen schneller produzieren. So. Also. Verlieren tun wir das nicht mehr. Aber mit Gewinn tun wir uns auch grad schwer. Ich weiß nicht. Immer diese beste Einheit. Nee, das sind jetzt nicht mehr die. Ah, jetzt ist da plötzlich andere. Das ist echt... Reitet mit mir raus. Letzte Verzweiflung. Ja, ja, super. Klasse. So, jetzt da, komm. Mit Feuerpfeuern geht das doch. Jawoll. Und immer wieder, immer wieder, Leute. Das gibt's nicht. Das ist unfassbar. So. Hier kommt auch mal da nach vorne. So. Nein. Hier kommt wieder zurück. Wir müssen uns erst ein bisschen sammeln, Leute. Die neuen Markreiter sind da. Gut. So, sollen wir es schon mal wagen? Also hier, was macht ihr hier so? Ja, eine kleine V-Roll ist immer gut. Einfach mal aufhalten ein bisschen die Leute. Gut. So. Ja, probieren wir es halt. So, Moment. Jetzt halt los. Und machen wir hier noch einen Kriegsschrei. So, dann geht das Ganze hier auch besser. So, dann geht das Ganze hier auch. Untertitelung. BR 2018